Yo! Hi Leute, hier ist er Mr. Ranschen, mein Name ist Raphael und willkommen zu einer weiteren Folge von Additüde. Jetzt kann irgendwie, glaube ich, ein Monat keine Additüde-Folge mehr oder eineinhalb Monate, also zumindest schon sehr, sehr lange. Und ja, heute mal live kommentiert. Ich habe jetzt auch mein TomOp45 gemacht, danke, wegen der Medizin. Das wäre ich damit weitergeholfen, ich wusste echt nicht, wie das heißt. Ja, mal gucken, welche Rest ich überhaupt dafür zu brauchen. Wenn wir überhaupt kämpfen, müssen das natürlich so machen. Die meisten sind Feuer, ich bin mal gespannt, ich glaube, die wird nix machen, ich glaube, die wird einmal verdienen, ja, das war so klar. Erholt direkt, ja, Moral, wow, ich habe jetzt echt gar keine Chance, ich habe echt gar keine Chance, jetzt, wenn die Moral haben, bin ich so gut wie tot eigentlich. Schau, der Typ ruft mich auch nicht, anstatt mich zu rufen, macht er nicht. Erholt direkt zwei, okay, da hat er noch zwei, wenn ich jetzt weglaufe, ne, glaube ich, gewinne nicht. So, hol ich mal den da hier, den, ich weiß mal, wenn läuft die direkt weg, ne. Obfache, ich hätte nicht, oh mein Gott. Ich hätte, ich hätte Wasser, das hier anziehen sollen. Ja, ich bin tot natürlich. Naja, da kommen wir zum nächsten Kampf. Jo, zweites Match, ähm, oh, wir haben sogar Moral, nice, nice, freut mich schon mal, dass wir Moral jetzt haben. Ja, es dauert jetzt ein bisschen hier, ähm, ja, also wie gesagt, ich habe halt auch 45 gemacht, mein kleiner Hase auch um 45. Ähm, ich habe es ja letztendlich gezeigt, aber ich glaube, es ist nichts Besonderes, ähm, da hat er 7.000 HP fast. Ich weiß, wie kann man leider keinen Schmuck geben oder? Ein Partner, ich weiß nicht ganz genau, was, was, was kommt eigentlich hier? Ich weiß nicht, wisst ihr, was da kommt? Ich habe mal schweigend. Zumindest kann man den Rest gegeben. Das habe ich mir auch gegeben, was, oh, fast nur Wasser. Wasser und Schatten, okay. Ich habe fast nur gegen Wasser und Schatten, ähm, natürlich zupfen. Der erste wurde schon mal besiegt. Ah, es kann man nicht bewegen, okay. Äh, okay, ich hoffe, boost Dark Mage, ich glaube, der ist stark, weil mit 51 Dark Mage, ähm, ich glaube, das ist doch schon was Besonderes. Oh, oh, das hat man nichts. Oh, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Leute. Ich bin gespannt, wie wir, wir haben letztendlich, glaube ich, sieben Prozent bekommen. Sieben, acht wieder, okay. Läuft, dann bis dann zum dritten Match. Ja, zum dritten Match. Ähm, bin ich mal gespannt, was die Gegner zu dann vorhaben oder was sie so drauf haben. Wir haben das erste verloren, das zweite geworden, weil sie noch wird das dritte jetzt auch gewinnen. Ja, ich finde es gut, wir bekommen jetzt hier Prozent. Ich hätte es eigentlich auch gestern machen sollen, aber, ja, naja, was soll ich machen? Ja, Block, ey, den kenne ich doch. Den kenne ich doch, glaube ich. Weil ich weiß nicht mehr von wo. Oder wer das wieder ist? Hm, keine Ahnung mehr. Und zumindest kenne ich seinen Namen. Ich glaube, ich habe auch mal mit ihm geredet. Äh, Feuer. Ja, Feuer, weil sie. Dann würde ich mal hier. Boah, wie die. Warum ich mache so viel Damage? Ich mache Damage, aber bringt leider nichts. Das ist schon unfair, wenn so ein Typ wie der dann gekommen ist, der ist mein Respekt. Okay, ich habe das 15, aber ist das mit Fahne ist weh. Das hat einen großen Unterschied. Okay, komm. Komm, komm. Ich bin mal gespannt, ob ich brauche, ich mache das richtig Damage oder was. Ich muss den anderen Film nehmen. Oh, ich habe Schutz. Ich habe das Wasser für Andi. Boah, scheiße. Ich glaube, er hat mich jetzt. Nein, ich wollte gerade noch Schutz machen. Naja, naja. Naja, vielleicht gewinnen wir uns mal wieder. So, fites Match. Schau immer deinen Streams. Oh, cool, okay. Also hier ist sozusagen ein Fan von mir. Hallo YouTube. Nice, okay. Das erfüllt mich mit Stolz. Nein, Spaß, Mann. Feuer, Feuer und Ding. Ich habe eine Kombination. Komm, ruf mich. Ich weiß, ich bin der Ruf. Okay, du musst dir die zuerst gestören. Nein, die ist dort. Das wird blöd. Hallo. Ich bin der Typ überhaupt. War ich auch verschluckt auf. Aber die ruft immer alle drei. Das ist echt dumm. Wieso macht denn nicht? Ich finde, das ist echt doof, wenn man sowas macht. Da verlieren wir wieder. Ich will mich jetzt. Ich habe mich immer jetzt was abgehen. Oh, dann. Ist auch was abgehen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich darf nicht sterben. Wäre ich sterbe. Komm, 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 komm. Ja. Ich will jetzt gegen Feuer wieder. Nein, ich kann nicht rufen. Ich muss mich eigentlich jetzt heilen. Ich müsste jetzt angreifen, aber... Ich fühle mich jetzt lieber ein bisschen. Oh, ja. Okay, jetzt müssen wir was abgehen. Wir können einfach alles wechseln. Das finde ich echt geil. Hast du dir jetzt nicht gedacht, oder? Ja, gewonnen. Gewonnen. Das war mal eine Taktik. Und die hat einfach funktioniert. Geil. Geil. Gewonnen. Freut mich. Na ja, also dann zum fünften Match. Yo. Also, ja, fünftes Match. Alter, wie motiviert ich bin. Yo. Wahrscheinlich. Was hat er jetzt für ein Plus? Ist es plus 14? Ich glaube, plus 15 ist es nicht. Ich glaube, 15 sieht noch ein bisschen größer aus. Aber vielleicht auch plus 13 Uhr. Ist ein Wort, nicht 2. What? Ich bin nicht, ich mache ein Video. Keine Angst. Ich bin nicht, aufgar. Heute Lust, Weihnachten zu leveln. Was ist das? Oh, wir kämpfen gegen unterschiedliche Elemente. Ich glaube, mich ruft er nicht. Typ geht ja richtig ab. Oh, der Typ hat ja... Boah, ich dachte, er wäre jetzt gestorben. Warte, wasser, wasser Ding? Ich muss eigentlich die erst klein, aber... Was, er wird besiegt? Er wurde wirklich besiegt. Ja, hol dir schon unfair. Okay, der ruft immer 3. Wir könnten vielleicht auch wieder gewinnen. Das war so dumm von ihm. Okay, ich rufe den dann. Ich brauche die Hirn sich jetzt einfach. Das ist so unfair. Also eigentlich ist es richtig unfair. Das sollten Sie ein bisschen mal ändern. Okay, Rudi wird mich angreifen, gell? Ich meine, das ist so halb-halb. Aber ich habe mich mal richtig... Ähm... Aber es darf die nicht auch... Das ist so ein kleines Buch. Okay. Okay, Leute, wir haben 40% gemacht. Wir haben leider verloren. Naja, was soll ich denn tun? Ich bin halt ein Abteurer. Und... Ja, ich habe keine Schattenfee. Ja, nicht gerade. Aber wir haben ja hier... Uh... Ah, nee. Der Schmuck ist scheiße. Das ist gut, vielleicht noch. Das ist noch gut. Der Scheiße, genütze ich mal unbedingt. MP, HP-Erholung. Wenn ich jetzt den Schaden verliebe, die MP für 4% war ich ganz. Okay, dann haben wir verloren. Ähm... Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Dass sie mich auf einmal so gekritzt hat. Also auf einmal so... Ich war auf einen Schlag auf einmal tot. Naja, also... Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auch gefallen. Ähm... Ich werde dann versuchen, mehrere so welche Videos zu bringen. Aber geht leider nicht immer. Ähm... Ja, das alles, was ihr seht, ist eigentlich vom Stream. Aber ich weiß es trotzdem auch in den Videos, weil sonst muss ich jetzt umstellen, wegstellen und so. Und dann lasse ich lieber ganz so. Hier rechts ist eigentlich normal der Chat, wo hier... Hier die Videos drauf sind. Sie sind meine Videos eigentlich normalerweise. Und ähm... Ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, ich habe viel Spaß zu zocken. Lass euch nicht abzocken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.